hallo freunde ein neues päckchen messer nicht in der beschreibung das ist so gefährlich groß bei uns werden die messer grundsätzlich hinterher weggeschmissen nachdem wir sie benutzt haben weil die sind ja verboten der der scherz so aufgeschlitzt das ganze neues päckchen nur für die videos besorgt nur für die fans das ist aber wieder gut eingepackt ich schlitz mir auch noch die finger genau wie andere youtuber so wie man sehen kann eine schöne drone die größte ist überhaupt gab für günstig geld und nur für die fans wir werden natürlich dann erstmal die akkus lagen aber einen kleinen blick schon mal rein weil das fällt ja mehr so unter unboxing boxing boxing kameramann guckt schon so so hier ist noch zu könnt ihr mal das gute stück sehen wir werden das jetzt vorbereiten für lustige schöne videos und viele likes bitte für experimente die wir damit durchführen sollen vorschläge mit den kommentaren